Hörgefrisse Damen, die mal eine Meldung machen. Einfach geradeaus ins Studio. Welcher Marsel? Ich bin noch nie so gefreut, dich zu sehen. Willst du mal bitte aufmachen? Ah, ich muss erst nur den Tatort dokumentieren. Ich spreche kein Fleisch, glaubst du? Er will kuscheln. Hey, du kleine Hummel. Du wolltest doch kuscheln. Böte und leicht klatscht es, aber keine Blaus. Ich habe mich noch nie so gefreut, dich zu sehen. Auf immer hätte ich das gewusst. Ich kann dir gerne in Zukunft häufiger... Ich kann mir jetzt gehen. Taubschum ist besser. Du hältst die Waffe gut. Fast wie dein Vater. Hitzmor, du hast meine Mutter erschossen. Wo ist sie? Wir haben sie mit einer Lieferung ein Mädchen nach Moskau verkauft. Wer? Sleimann Shekert. Shekert. Gib mir meine Tochter zurück. Vielleicht gefällt es ihr ja. Wenn es ein wenig hartes geht. Ich habe Isabella verloren. Lenny verliere ich nicht. Ich habe gesagt, wir sehen uns wieder. Sie können ihn da nicht rein. Nein. Geschissen. Ich auch. Wo ist das jetzt? Wenn du deine Nase in die Faust gehämmert hast. Wenn du deine Nase in die Faust gehämmert hast. Und das ist ein wenig hartes. Heute leichtes Ziehen im linken Arm. Mittelfinger und Ringfinger kribbeln. Ich blogge aus dem Alltag einer Lungenfibrose. Es ist schlecht Trauer in sich reinzutreten. Ich mach da mal den Arter. Womit? Aber das stœ Raub Kribbeln ist. én Hinz. Untertitelung des ZDF, 2020